Wunder, wunderschönen guten Morgen in die Runde und in die große, weite Welt. Gestern war ein Portaltag und da ist die Löwin vor Berlin spazieren gegangen. Die Durga, die Dämonenvertreiberin. Und das ist eine indische Geschichte der weiblichen Kraft. Und heute, jetzt heute, schauen wir wieder in die Tageskarte aus dem Flying Heart. Und ich ziehe uns die Energie und da habe ich sie, Quelle der Liebe. Quelle der Liebe, Master 13. Die ist wieder im Querformat mit dem Icarus. Und schauen wir mal. Master 13, Quelle der Liebe. Du fragst mich, warum ich inmitten des Schweigens der weiß-grauen Wolken fliege. Ich lache, nichts kann das Wunder in meiner Seele beschreiben. Der Geliebte am Himmel, wie bezaubernd er dahin gleitet. Lange vorher schon starb die Person. Spurlos verschwand der Kopf, zurück blieb nur ein Duft, im leisen Zwiegespräch mit meinem inneren Buddha. Freiheit ist mein für alle Zeiten. Unerwartet bietet dir das Schicksal die Chance, Lab, dem Einmaligen zu begegnen. Überwältigt von seiner Gegenwart und seinem Witz, klammerst du dich an ihm fest. Doch du hast die Pornte nicht begriffen. Freiheit. Satnam. infer 5, 2, 2, 3, 4. utzend ab Seit mañana, 10, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 9, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 26, 28, 21. 27, 28, 27.